Moin Moin und herzlich Willkommen ihr Lieben! Ewigkeit nichts von mir gehört. Ich habe jetzt Feierabend nach Haus und habe überlegt, ich mache einen kleinen Livestream. Jetzt kein besonderes Let's Play oder sowas, sondern ich möchte ein altes Projekt. Also, nein, nicht ein altes Projekt oder so, sondern ich habe vor, so eine Geschichte zu machen, die ich schon ewig vorhabe. Und zwar lebendigen Pokédex. Das heißt, ich nehme eine Alpha Saphir Edition und werde dann über Pokébank gucken, von der ersten bis zur sechsten Generation oder siebte, Alola, keine Ahnung, den Pokédex füllen. Und dann mal schauen, wie viele das sind. Wird ganz entspannt. Fragen von euch beantworten und so. Wer nicht dabei sein kann, kann gerne Fragen hier in die Kommentare schreiben. Die kann ich dann beantworten und dann lade ich den Stream auch hoch später. Aber damit jemand wieder was von mir hört. Tschüssi!